Die Kalbacher Fräschschleuder KFS 1250 ist ein leistungsstarkes Schneeräumgerät. Die exakte Abstimmung zwischen Wurfrad und Fräschnecken-Drehzahl erlaubt große Wurfweiten bei maximaler Leistungsausnutzung. Die Kalbacher Fräschschleuder KFS 1250-2700 ist in zwei Varianten für Frontanbau an LKW oder als Dreipunktanbau an verschiedene Geräteträger lieferbar. Der Antrieb erfolgt über die Front- oder Heckzapfwelle des Trägerfahrzeuges, wahlweise auch hydraulisch. Die beidseitig gelagerten Fräschspiralen sowie das Wurfrad sind mittels Scherbolzenkupplung gegen Überlastung abgesichert. Drehkamin gelagert mit Kugellenckranz, Drehbereich ca. 210 Grad, hydraulisch stufenlos einstellbar. Auf Wunsch hydraulisch gelüftete Scheibenbremse als Fixierung in Arbeitsstellung bei Verwendung mit hohem Verladekamin mit hydraulisch verstellbarer Auswurfblende. Kaminoberteil für Transport abklappbar. An der Schneeauswurfklappe ist zur besseren Kontrolle beim Schneeverladen eine Kamera optional installiert. An der Schneeauswurfklappe ist zur besseren Kontrolle beim Schneeauswurfklappen.